hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen video mit dem thema ets2148 mapcombo september 23 bugünkü videom hoşgeldiniz arkadaşlar bugünkü konumuzda ets248 için kombo haritası 092023 ich werde euch in der video beschreibung den link zu diesem blog eintrag mit angeben wo ihr die entsprechenden links für die einzelnen mods die wir brauchen werden entnehmen könnt arkadaşlar videonun açıklama kısmına bu kombo harita için lazım olacak linkleri bulacağınız blog sayfasının linkini bırakacağım size und werden jetzt einfach Schritt für Schritt die Sachen einmal durchgehen damit wir auch sehen wie und wo wir die links finden können beziehungsweise was sich unter diesen links verbirgt arkadaşlar şimdi ksajja tek tek linkleri göstericem linklerin altında hangi seifler ulaşacağımse görebilmeniz için als erstes werden wir in den meisten fällen auf die auf das rohextended forum zugreifen um dort dann die aktuellsten download links zu entnehmen arkadaşlar ilk önce şimdi burada görücü eines gibi rohextended forumuna giriş yapıp oradan birçok modun linkini güncel linkini ulaşacağız so als erstes wenn wir auf English City Names for Extended klicken kommen wir auf diese seite wo wir diverse Mod Dateien die wir brauchen werden entnehmen können das ist einmal English City Names for Extended Mod Dos Code Connection des Weiteren des Weiteren das hybrid 2 Hybrid Connection die rohextended road connection zuzeusan region Map und die Route Connection von Atzgemots zur Sausan Region Arkadaşlar, ilk linke tıkladığımız zaman önce English City Names for Re-Extended moduna buradan ulaşabileceğiz. Diğer taraftan Hybrid 2 bağlantı moduna, Re-Extended region güney bölgesi bağlantı moduna, ayrıca Azerbaycan-Gürcistan güney bölgesi bağlantı moduna buradan ulaşabileceğiz. Zonaten ve diğer modlara geçiyoruz. Arkadaşlar, onların hepsini tek tek indirdikten sonra diğer modlara geçiyoruz. Sıradaki modumuz da Azerbaycan-Gürcistan modu olan Atsge 148. Bunun için de Re-Extended'e geçiyoruz. Hierfür gehen wir auch mal auf das Re-Extended Forum und laden uns den hier runter. Als nächstes hätten wir Re-Extended in der Free Version 1.48. Sıradaki Re-Extended'e ücretsiz olan 1.48 sürüme için ücretsiz olan mod. Re-Extended'e nasıl indirileceğinizi daha önceki videomda yayınlamıştım. Oradan bakabilirsiniz. Sağ üst köşede de o videonun linkini tekrardan vereceğim. Wie wir die Re-Extended'e herunterladen, hatte ich bereits in einem vorherigen Video beschrieben. Den Link dazu werde ich euch rechts oben im Infobutton mit angeben. Anschließend gibt es die Roosmap für die Roosmap 248. Sıradaki modumuzda Roosmap 248. Re-Extended Forum. Und da Aşşaya baktın zamanı in Rebiles. Auch das finden wir im Roosmap 248. Rebiles. Auch das finden wir im Roosmap 248. Rebiles. 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 herunterladen das gleiche dann kommen die promoz mittel ist und promoz 266 wie wir die herunterladen und wo wir die finden werden hatte ich bereits auch in einem vorherigen video erklärt und auch dazu gibt das Video Info Button Promoz Moduları nasıl indireceğine ait videoyu da daha önce zaten çekmiştim onun videosu için linki de sağ üst köşedeki bilgi linkini bırakacağım als nächstes hat man road to afrika von teramaps sıradaki road to afrika teramaps ekibini da für gehen wir auf die road to afrika Seite und lernen uns dann hier die drei daten runter da sayfaya girdiğimiz zaman şu aşağıdaki 3 dosyayı ücretsiz olarak indiriyoruz Arkadaşlar die Sousan Region Map Südregion von Russland sozusagen lernen wir auch über das Roex Standard Forum da indiriyoruz Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi das gleiche Spiel ist dann auch bei Sibirien mit Sibirien mit Sibirien mit Sibirien mit Sibirien der e Tony Industries da indiriyoruz Promoz Great Step wie bereits vorher gesagt hat ich bereits vorher erklärt look Profits de der Kazakistan tarifinois haritasseNT arkadaşlar daha önceki Promozvedgage zum abschluss kommt dann die grand utopia map auch diese laden wir dann über trachimotz herunter viele werden sich oder einige werden sich vielleicht wundern grand utopia map ist eigentlich in stand alone also in der skala eins zu eins wie wir die halt in dieser nutzen können genau dafür brauchen wir halt diesen mod european grand utopia hier oben um die skalierung auf 1 zu 19 ändern zu können wie schon aus welcher grand utopia hat das in einem birebir ölcheck mit dem irgendwie auch die der hier in der zweiten die hier in der europäische europäische die eure die 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 das war. Bu mod sayesinde Grand Utopia haritasını 1.19 ölçeğine çevirip kombo içinde kullanabileceğiz. So, nachdem wir alle mods heruntergeladen haben bzw. alle Dateini heruntergeladen haben, den ein oder anderen entzipt haben, packen wir die alle in unseren mod ordner. Bu dosyaların hepsini indirildikten sonra, sıkıştırılmış olan dosyaları da ayakladıktan sonra mod klasörümüzün içine atıyoruz. Und zum Abschluss müssten wir dann insgesamt 31 Dateien in diesem Ordner haben, für diese Kombo. Plus, falls ihr noch eigene mods habt, die ihr nutzen wollt, irgendwelche LKWs, Busse, wie auch immer, kommen natürlich obendrauf. Arkadaşlar, toplamda 31 tane dosyamız olması gerekiyor mod klasörümüzün içinde. Sizin araç, otobüs, tır modlarınız haricinde sırf bu kombo için gerekli olan. So, wenn wir all das erledigt haben, in den Ordner gepackt haben, starten wir das Spiel. Und packen wir in die richtige Reihenfolge. Und packen wir in der aktiven Mod Manager zu verbunden. Dann können wir auf die Mods starten und starten, wir können mit dem Mods starten und auf die Mods starten und das System starten. so ihr werdet ihr sehen ich habe bereits die mods einmal hinterlegt gehabt zum testen das werde ich aber jetzt rausnehmen um dann mit euch zusammen sozusagen schritt für schritt alle einzufügen würde wie wir testet normalerweise werden zaten modler eklemmisch und ich habe sie mit euch zusammen mit euch zusammen mit euch zusammen mit euch zusammen und ich habe euch die Reihenfolge genau an das um zu sagen von unten herum anfangen um es für uns beim Zotien einfach zu haben Die erste ist mit der Grand Utopia-Map. Die erste ist mit der Grand Utopia-Map. Die erste ist mit der Anzeige. Die erste ist mit der Grete. Die erste ist mit der Grete. grid step. Ardından grid step için olan iki dosyayı ekliyoruz. done complete southern region map. Ardından da southern region yani güney bölgesi için olan haritayı ekliyoruz. Sibirya'yı ekliyoruz. Sibirya'yı ekliyoruz. Ardından road to afrika için olan üç moda ekliyoruz. Sibirya'yı ekliyoruz. Örneğin öncesi komedi pro mods datayen. Sibirya'yı ekliyoruz. Ardından arkadaşlar pro mods için gerekli olan modları ekliyoruz. Sibirya'yı ekliyoruz. E declaration lastik. 어야 onlardan kaffenen. Sibirya ve aこちら ortada ekliyoruz. Ardından pro modu için gerekli olan dosyarı ekliyoruz. so jetzt kommt die russ map jetzt folgt die rohe extended dann kommt erzge ardından azerbaijan gürgistan schon als ge Dann kommt die Verbindung zwischen Alsga und Sozanregion. Dann kommt die Verbindung zwischen Ruhex und der Südregion. Dann kommt die Verbindung von Ruhex und Ruhex mit dem Verbindung. Dann kommt die Verbindung von Ruhex und Ruhex und Ruhex mit dem Verbindung. Son bağlantı modü olarak da Ruhex Pro Mods ve RuhexMap'i birleştiren Hybrid 2 bağlantıyı ekliyoruz. Im Anschluss packen wir diesen Mod um die Städte im Ruhex Standard Mod auch in der englischen Schreibweise zu haben. Dann haben wir alle 31 Teile auch aktiviert. Das sehen wir auch hier vorne. Gördüğünüz gibi 31 tane dosyayı da aktif etmiş durumdayız. Das sehen wir auch hier vorne. Ardından arkadaşlar oyunu başlatıyoruz. Oyun içinde haritamızı görebilmek için. Wie immer an dieser Stelle wird bei euch eine Aktualisierung der Daten stattfinden, die bei mir 7-8 Minuten dauert. Das kann bei eurem System länger oder auch kürzer dauern. Bu noktada arkadaşlar sizler de ilk kez konvoy aktif ettiğiniz için güncelleme harita güncellemesi olacaktır. Bu sisteminize göre benim sistemde 7-8 dakika sürdü. Sizinkinde daha kısa veya daha uzun sürebilir sisteminizin özelliklerine göre. So, wie ihr seht, das Spiel startet. Starten wir einfach die Weltkarte einmal. Gucken uns dann das Ganze dann auch dort nochmal an. Artıklar, herkese de oyunumuz açıldık tanszor. Haritamız açıb. Ida hepsine haritamızda gözartyürüz. So, wie ihr sehen könnt, als erste Besonderheit, was ich auch bis zur Atonie hatte, Grand Utopia links oben zu sehen in einer 1-19er Skalierung oder Maßstab 1-19. Arkadaşlar, ben de daha ilk kez olarak kullandığım Grand Utopia'yı da bu sol üst köşede görebiliyoruz 1'e 19 ölçeyle. Demetle Hıbıgayş ve Gopanatürich von Promots bedekt. Orta kısım Promots moduyla gelen Avrupa kısmı. Denham vahye um Rus map. Rusland. Bu üst tarafta arkadaşlar Rus map'in haritası. Here is Southern Region and Gridstep. Bu üst tarafta arkadaşlar Southern Region haritası güney bölgesi. Gridstep yani Kazakistan haritası. Here have been Raw Extended with Turkey. Bu kısımda arkadaşlar Raw Extended haritası yani Romanya, Türkiye bölgesi. Here have been the Promots Middle East. Aşağı tarafta arkadaşlar Promots'un Orta Doğu haritası. Here have been Raw Extended. Here have been Raw Extended. Bu üst tarafta arkadaşlarım. Bu kombo'da bu kadar haritası. Umarım Rus'un Saygidâş. Ben ilovinars'im. Bu üst tarafta. Bu üst taraftaç. Buע um die Fragen vorweg zu nehmen. Fragen wie warum diese und jene Map nicht dabei ist oder warum diese und jene Map dabei ist und ob man sie nicht rauslassen könnte. Ja, man könnte noch diverse Maps hinzupacken. Ja, man könnte diverse Maps rauslassen. Das ist Geschmackssache. Ich habe mich für diese Kombo entschieden und habe sie entsprechend aufgebaut. Ihr könnt Kerne weiter verändern, die Kombo vergrößen oder auch verkleinen und diese nur als Basis nutzen. Arkadaşlar, gelecek olan bazen Soruları önlemek amacıyla bu Komboda şu mod niye yok veyahut da şu mod niye var olmak zorunda mı gibisinden sorulara. Evet, haklısınız. Bazı modlar daha ekleyebilirdim veyahut da bazı modları eklememeyebilirdim de bu tamamen benim tercih meselem. Siz isterseniz bunu bir temel olarak alıp bunu küçültebilirsiniz de komboyu daha veyahut da bazı modelleri eklememizde. Ich freue mich. Ich freue mich. Kanalıma abone olup bundan sonraki kombolardan da haberdar olabilirsiniz. Abone olanlardan şimdiden teşekkür ederim. Viel Spaß im Spiel und bis zum nächsten Mal. İyi eğlenceler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. . . . . .